Ja, wo ist denn der Hauptsitz von CIFO? Was sagt das Impressum dazu und gibt es einen Handelsregisterauszug? Das wurde ich gefragt. Zuerst einmal zum Hauptsitz. Der Hauptsitz, laut der Quelle, die ich gefunden habe, von der CIFO Global Ltd., ist in London, in Großbritannien. Dort ist auch von CIFO der Handelsregister-Eintrag und zwar gibt es hier im britischen Handelsregister Companies House unter der Nummer, egal, will ich dich jetzt nicht quälen damit, gibt es einen Eintrag in London, in Großbritannien. Und zum Impressum selbst, beim Impressum steht ganz klar, dass die Company aus den USA ist in Meridian in Idaho. Also das sind die Sachen. Für dich nicht wirklich wichtig, wenn du dort Partner werden willst, weil die Company selbst, ja, die macht einen sehr positiven Eindruck. Ich habe einige Partner, die ich trainieren darf. Ich selbst bin dort keiner. Ich bin Trainer und habe selbst im siebten Monat 210.000 Monatsumsatz generiert. Und ich möchte dir einfach sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist, wenn du bei CIFO Erfolg haben möchtest, dass du ein Konzept brauchst, dass du nicht über CIFO sprichst. Du darfst bei Instagram und bei Facebook nicht über CIFO sprechen, weil sonst die künstliche Intelligenz dich blockiert. Und ich möchte kurz ein Konzept mitgeben, mit dem ich auch arbeite. Und dazu brauchst du einfach eine Facebook-Posting-Idee. Zum Beispiel, wenn du jetzt CIFO Reisen verkaufen möchtest, sechs einzigartige Weinproben in Südfrankreich. Oder zum Beispiel acht historische Stadtzentren in Osteuropa. Vier versteckte Burgruinen in Großbritannien. Nehmen wir zum Beispiel das jetzt an, weil es ja dazu passt, sage ich mal, zu dem Thema heute. Vier versteckte Burgruinen in Großbritannien. Und da gibst du einfach jetzt die Tipps. Du zeigst einfach das auf und schaust, dass du einfach ein bisschen Emotionen schaffst. Und dann am Schluss sagst du einfach, jetzt hast du einen Bonus-Tipp, wenn du dorthin fahren möchtest nach Großbritannien. Bis zu 75% Rabatt ist möglich. Ich habe einen Zugang zu einer unbekannten Reisplattform. Und ja, wenn du den Zugang haben möchtest, schick mir eine Nachricht. So einfach ist das. Ich habe dir dazu unterhalb von dem Video 40 Posting-Ideen zusammengegeben. Und unterhalb von dem Video findest du noch dazu den Zugang zu meiner derzeit noch kostenlosen Facebook-Gruppe. Und da erkläre ich dir genau, wie kann man die künstliche Intelligenz nutzen von Facebook. Gilt auch für Instagram teilweise, aber hauptsächlich für Facebook. Wie kannst du sie nutzen, um mit GIFO Erfolg zu haben, magnetisch Leute zu dir zu ziehen. Wenn du das möchtest, dann bist du herzlich eingeladen. Eingelagen? Eingeladen. Und ja, unterhalb von dem Video findest du die 40 Posting-Ideen, Posting-Ideen, jetzt höre ich gleich auf, und auch den Zugang. Rock it. Dann Willi. Ciao, ciao.